Drei. Das Ding ist eine Zeitmaschine? Zwei. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich die Welt retten kann. Eins. Neustart. Ethan. Ich glaube an dich. Die Zeit verbindet alles. Ethan White. Sie sind vielleicht die einzige Hoffnung der Menschheit. Finden Sie für uns die Heilung. Hier ist etwas Größeres am Werk. Wir stehen am Anfang einer Reise, die einfach alles verändern wird. Es gibt keinen anderen Weg. Sie wollen gar keine Heilung mehr finden. Frage ist nicht, ob du die Welt rettest, Mann.